Die SBB begrüßt Sie in der S28 nach Hunzenschwil-Sur-Oberendfelden-Zofingen. Hunzenschwil Sur Oberendfelden Kölliken Kölliken-Oberdorf Saffenwil Walterswil-Striegel Küngoldingen Nächster Halt Zofingen, Endbahnhof. Wir bitten alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von ihnen. Die SBB begrüßt Sie in der S28 nach Küngoldingen-Oberendfelden-Sur-Lenzburg. Nächster Halt Lenzburg, Endbahnhof. Wir bitten alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von ihnen. Wir bitten alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von ihnen. Wir bitten alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von ihnen. Wir bitten alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von ihnen.